und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 wir spielen wie in letzter Zeit immer und sehr erfolgreich aus, auch mit Borussia Dortmund und jetzt sind auch gerade übrigens in echt das Spiel zwischen Barcelona und Bayern ausgegangen 3-0 ich hab ja gesagt irgendwo zwischen 2-1 und 3-0 schwaches Bayern zumindest in den letzten 15 Minuten gar nauerhaft es sei es darum wir sind Dortmund und wir holen natürlich den nächsten Sieg Schau mal gegen wen wir spielen gegen Juwel hey, komm auf boah, was ein grauenhafter Pass oh, 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 schön schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht komm, komm, komm fuck it das darf ich ja nicht sagen so das aufpassen, was ich hier sage ist ja Fiskal 0 hier das Spiel komm, nein, 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 Weidenfeller Junge, Junge, Junge da geht aber auch mehr das war nicht gut von Weidenfeller das machen wie gesagt alle Torhüter schwach oh ist es so dämlich wenn die Bälle Bälle wenn die Bälle so hoch kommen so und zack, in die Mitte nein, 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 den hier genauer den scheiße da war ja so viel mehr oh, kacke okay, okay ich hab ihn abseits bin mir ganz sicher ist aber völlig egal ob abseits oder nicht er hat nicht gepfiffen normalerweise würde pfeifen selbst wenn das Ding uns ausgeht naja, sei es so ist ja egal schön, 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 schön go, komm hast du sicher ganz locker komm, guter Pass kagawa dranbleiben gut gemacht Hummels und jetzt ein bisschen über die Außen schön ha, und nicht so schön ganz unten oh, jetzt kann der Konton muss ich vor allen Dingen oben muss ich aufpassen momentan schön zugemacht schön gemacht ganz sauber und alle stehen wieder hinten sehr gut ja, das war ein bisschen zu optimistisch gedacht ach, shit von der Idee her gut Umsetzung war nicht gut komm, ober komm schon, Junge komm komm Aubameyang na, wenn wir ihn schon da haben dann nehmen wir noch spiel ich ihm direkt in die Füße das wird ihm gefallen haben oh fuck oh man, den kann man aber auch besser halten aber wir halten es gar nicht zu nah komm komm ja, Neckball ist ja gar nicht mehr so schlecht dann bringen wir mal nahrern na, da kommt einer reingelaufen wie immer und da bringe ich ihn nicht hin das ist schlecht komm schlecht war es nicht ach, scheiße ich spiele besser momentan das finde ich schon mal sehr gut aber auch das 0-0 ist jetzt nicht gerade ungerechtfertigt momentan also, für ihn so viel schlechter ist er nicht ich mache hier Räume in der Abwehr vor allen Dingen sehr, sehr gut zu und das ist mal was sehr angenehmes komm oh oh je oh je oh je oh je oh 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 hauptseid oh meine Nase juckt das war eine fette Chance am Ende hat auch richtig böse enden können ja wir warten auf den Gegner wird es heute nochmal was Dankeschön oh, der wurde ausgewiesen Pirlo hat er nicht spielen lassen oh Gott, das wird jetzt oh nein aber bei Pogba hat er rausgehört der ist einer, der richtig gut ist komm ach schade den wollte ich eigentlich nicht so klären auf die Art und Weise ja blöd komm um genau oh da klätscht er sich gut rein Konter aufgehalten jetzt bin ich dran hei 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 ich sollte es 1-0 machen bisschen so tun als ob hei 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 dann haben wir einen nächsten Eckball mhm mhm so den bringen wir mal direkt da rein ha der war nicht gut viel zu wenig Schmackes schmackes ach nee komm wir auf Dankeschön stützt dich doch auf das gibt's doch nicht blöd gelaufen schmackes gleich das für ihn dann bringt der ehkos das ist lang oh man Dankeschön So, nehmt den nicht weit. Hat nicht so doll geklappt. Gut, Kampel. Sehr schön. Gut gespielt. Und zack, auf geht's. Los, oba. Mann, Mann, Mann. Oh, verdammte Scheiße, Alter. Ich dachte, den passe ich zurück. Und dann haut er den richtig ins Aus. Kein guter Pass. So hätte ich einen Ruf gehabt. Ich gebe ihm den. Ja. Tja, Emmerich kommt mit mir. Schafft es leider auch nicht. Zack. Und wieder auf Aubameyang. Und wieder nix. Oh, je. Nimmst du nicht mehr? Oh, Weidenfäller. Gut gemacht. Dankeschön. Den nehm ich. Hab ich nötige. Reus. Na. Scheiße, das hat er gut verteidigt. Oh, kacke. Ich muss in der Mitte bleiben. Ich muss ganz einfach. Ich wollte ihn nicht wegkicken. Ich wollte ihn nicht wegkicken. Jetzt hat er Chancenplus momentan. Bei mir läuft's nicht so. Oh, du blöder Affe. Binde die Schuhe woanders. Oh, Scheiße. Super schönes Tor. Super Scheiße für mich. Das darf doch auch nicht fallen. Aber hier darf ganz vieles nicht. Puh. 1-0 für ihn. Ich hab ehrlich gesagt nicht vorgehabt, hier zu verlieren. Muss ich zugeben. Lauf. Junge. Komm, haben wir jetzt mittlerweile nicht mehr mit Druck vor seinem Tor. Das macht er zu gut. Komm, komm, komm. Yes. Yes. Haha. Geil. Und da ich vor hatte zu gewinnen, war das natürlich versuchen. Wird aber schwer. Krieg's momentan nicht so richtig hin. Wie gesagt, krieg's nicht so richtig hin vor sein Tor zu kommen. Das war jetzt auch totales Glück. Da müssen wir uns nicht schön reden. Ich hab ihn soweit ganz gut unter Kontrolle. Also er ist jetzt nicht super gefährlich. Aber ich halt auch nicht. Äh, der Gama. Na komm. Ja. Zum Zweiten. Dankeschön. Also wenn er mir zweimal so den Ball gibt, also was soll ich denn machen? Doch, doch. Das ist wirklich leichter. Dankeschön. Also er wollte ja wirklich nicht. Doppelt geschenkt. Danke. Ich nehm's. Ist ja mal mega. Alter, wo ist das schon wieder mit seinem Tote unterwegs? Was um alles in der Welt macht der? Was um alles in der Welt mache ich? Go, 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 go. Er kommt mit dem Tote. Na, scheiße. Ich dachte, daneben zieh ich einfach mal kurz vorbei. Hey, je, je, je. Oh, scheiße. Super. Gewonnen. Wie das jetzt gerade bestanden gekommen ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder bin ich mir nicht so ganz klar. Ich meine, ich nehm's gerne an, aber... Boah, was hat denn der da gemacht? Ich muss danken. Hat er gut gemacht. Ich kann nicht mehr absteigen. Fünf Siege, fünf Spiele. Super. Läuft. Sechs Spiele jetzt in Folge gewonnen. So macht man das. Also wenn wir jetzt keinen Liga-Titel hole, wann dann? Ja, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe dann wieder mit einem Sieg. Ähm, egal wie zu erreichen. Hauptsache wir kriegen ihn. Haben wir in dem Spiel jetzt gesehen. Dann bis nächsten Mal. Und ciao.